Ben! Schade. Schade. Ben! Ben! Er ist mein Profi. Kaufen wir uns? Oh ja. Thank you, mein Freund. Hallo, Freunde. Was geht ab? Wir sind drin. Season 3 Warzone Libris Island. Alter. Den kaufen wir uns? Gut. Oder auch nicht. Was für... Es fängt wieder mal hervorragend an. Komikal Karl. Direkt wieder hier oben drauf. Ist noch einer hier? Ich glaube nicht. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Jetzt aber. Gut. Gut. Ja, also... Trupp eliminiert. Platzierung 41. Wow. 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 Genau so kann doch die Kiste hier laufen. So, eine Scheiße. Direkt wieder rein. So, die Runde von gerade vergessen wir bitte ganz schnell. Das war ja mal wieder kompletter Dünnschiss. Wir gehen hier rein. So, kommt her, ihr kleinen Scheißer. Ich hab noch keinen Gegner gesehen. Das ist komisch. Wie geht's ab? Ja. 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 Natürlich. 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 Schade. 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 Bam. Bam. Der ist ein Neu-Profi. Kaufen wir uns? Komm her. Okay. Thank you, my friend. Gut. Gut. Heidewitzgeim. Eins gegen eins. Bin ich noch ein bisschen zu langsam, würde ich behaupten, oder? Das war jetzt nicht so hervorragend. Aber komm. Egal, Karl. Wir gehen wieder runter. Äh... Dahin. Gut. Genau, da wollte ich hin, aber er dachte sich, komm, den kleinen Haufen kaufe ich mir. Och, scheiße, Mann. Aber komm, die Runde lief schon mal ein bisschen besser. Wir gehen wieder rein. So. Let's go. Auf der Runde zuvor kann man ja durchaus aufbauen. Aber man merkt, gerade so im Eins gegen Eins, da sind teilweise Leute am Start. Die haben ein Movement. Das ist ja wirklich der Vornziehenhümmer. Da ist er. Oh, alter Schwede. Ganz knappe Kiste. Ah. Ah. Er sieht mich nicht. Oh, fuck. Heidewitzge. Ich bin einfach noch ein bisschen zu langsam für den Shit hier. Äh. 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 Lauf doch nicht weg. Mit der Schrott rein. Oh. Oh. Heidewitzge. Schon wieder knappe Kiste. Komm, drück dir die Platten rein, mein Freund. Ich höre von überall Steps. Und ich sehe keinen. Oh. Das war ein knappe Ding. Da ist er. Ach. Ach. Ach, was. Ach. Oh, Junge. Wie bad. Das. Das war wirklich jetzt nicht schön anzusehen. Oh. Fuck. You. Ah, korrekt, wir haben noch ein Leben. Hier runter, schnell, schnell, schnell. Okidoki. Auch dringend Munition. Ah! Ich hab mir noch halb verdrückt, so eine Pisse. Oh, wow, wow, Weeber, ey. Ich bin wirklich teilweise noch etwas überfordert hier. Mit dem ganzen Gedönse hier. Komm. Dankeschön, mein Freund. Geiger. Oh, 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 oh. Schön gefischt, den kleinen Stinker. Fünf Kills, 13 noch am Start. Könnt ihr mir vorstellen, hier in diesem Gebäude ist jetzt ein bisschen was los. Oh, fuck you, nein, das war doch wieder mal schlecht. Aber komm, wir konnten uns stetig steigern. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Tschüss.